eingekauft für 2000 habe ich eingekauft hast du genug ich fahre am besten nach jedem mal metz deliverant zur safebox nein alle zwei mal und sich das nur wieso du machst pro 500 metz ungefähr 6 650 metz waren das glaube ich ich mache so wie du machst einen gewinn von 12.000 m4 oder sowas achso ja stimmt ich meine ich muss sowieso allerdings vorbei an der safebox wieder zum metz point ja wie fährst du mit tisch hin normal du fährst einfach mal so einen kleinen penis da rein penis fahren geht nicht ach egal so hier oben im fleischberg kann man hier eigentlich auch schon Protz kauft wo allein wo habe ich schiss dass sie im Blitzer stehen ich muss es auf andere Seite das Fleischbergs fahren mit sich Protz kaufen kann in der Kotz 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 wo gefällt mir das auf Hausradio mal die MP läuft naja wie bin ich jetzt gefahren Asi 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 Okay, danke. Ach, endlich geschafft. Oh, Protts sind gerade billig. 150 Protts für 6.000 nur. 150 Protts für 6.000. 150, ach so, das ist günstig. Ja, das ist günstig sogar. Ganz kurz mal eben. Was hast du denn jetzt gemacht? Eine Person hat mich gerade angesprochen. Im Real Life. Your father? Hm? Dein Bruder oder deine Mutter? Nee, meine Mutter. Oh nein! Ach so knapp. Nein, das darf ich natürlich so nicht sagen. Deine geliebte Mutter. Deine geliebte Mutter hat sich gerade gefragt, ob du irgendwas machen möchtest oder so. Genau. Da könnte man noch denken, ich hätte eine Familie. Wenn das so weitergeht. Wir brauchen schon Real Life. Wo fahre ich jetzt lang? Ach so. Einmal kurz eine scheiß Protts, lass da auftanken. Ich komm mit dem scheiß Ding da nicht hoch. Und ich hab nur 16% Benzin. Was macht der da? Verdammt, falsch rum, doch nicht. Verdammt, falsch rum. Verschluckt. Nach einer Stunde 15, dann kann ich endlich meinen Löhnenjob ändern. Wieso eine Stunde 15? Woher weißt du das so genau? Pro Payday wird die Stunde im Arbeitsamt um eins resettet. Und wenn ich Slash-Time mache. Ach so, okay. Ja stimmt, dann ist klar. Ich dachte mir, eventuell hätte es ja auch so ein Feature von dem Keybinder sein können. Ja, das kann man auch einstellen, aber hab ich das keinen Bock da. So, Slash, äh... Soll ich dich vielleicht mitnehmen? Hast du ein Heli? Nein. Dann nicht. Dann komm ich ganz gut alleine zurecht. Bist du grad, äh, Safebox oder was? Ne, Madspine war ich jetzt gerade. Fahr jetzt zurück. Über die Klippe in Richtung Glückseligkeit. Wenn du nicht allzu schnell war im Mechakreuz bist, dann sehen wir uns vielleicht sogar noch. Beim Mechakreuz, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Also ich fahr jetzt wieder Richtung Alice rein. Ach so, Alice, rein? Mhm. Ich fahr jetzt leider... Oh, ich bin grad durch ein Taxi gefahren. Aber hab Schaden bekommen. Toll. Ich bin jetzt am Zaun. Zaun? Was? Wo? Am Zaun, hab ich gesagt. So. Jetzt bin ich auch wieder... Ach so, du fährst die Route. Ja, natürlich. Denkst du bitte, ich fahr durch ein Ding, durch, äh, durch die Hauptstraße, über die Hauptstraße? Nein. Ich hab gedacht, du fährst, ähm, LSF, SF-Tunnel Richtung Mechakreuz und dann LV. Ach so, nein, nein, nein. Das ist ja schnell, das finde ich ein schnellerer Weg. Boah, Junge, scheiß Tank gleich leer und die Bullen sind hinter mir. Mal gucken, wie viel Leben meine scheiß Karinat hat. 600, ja, sicher. Pff, 6 Benzin, scheiße. Was, 6 Benzin? Ja. Hast du nur noch? Bei der Miami hab ich, äh, Benzinkanister. Na, natürlich nicht. Ich hab Benzin-Kanister. Ich fahr gleich mal zu der kostenlosen Tanköne auf. Ach. Bamm. Möcht mal wieder das Essen, 16 HP nur noch. What the fuck, Blitzer? Wo? Auf der Ammo-Straße. Ah, Sayori-san. Kann sein, ja. Das steht ja da. Da stand, da stand ein Stratum, also. So, ja, Sayori-san ist das. Gott. Böses Mädchen. Die Supporter. Ich weiß. Trotzdem böses Mädchen. Mecha, Mecha! Hier, was? Bad Girl. Ja. 100 Liter für 3000, Johan, wenn er noch mal... Ja. Trinkgeld kann ich ihm leider nicht geben, weil... Ich bin momentan selber sehr knapp bei Kasse. Million auf dem Konto. Ja, es ist nur eine Million. Das ist überhaupt nicht viel. Ich bin mal als Anwalt gestorben. Mit 100.000 auf der Hand. Dreimal hintereinander. Der war echt über der Witterei. Sprich, ich hab einfach mal so 60.000 Dollar verhauen. Jetzt wird man schon von rechts angerempelt. Obwohl man Vorfahrt hat. Ja, Mann. Alter. Fährt einer links auf der Straße. Jetzt sind wir hier in... In England. Ja, Großbritannien. Wo sind wir denn, ey? Ich bin an der Fahrschule SF. Ich könnte meinen Truckschein wieder machen. Aber ob ich Trucker machen will irgendwann? Nee. Ja, ich muss noch warten, bis ich meinen Schein machen kann. Noch eineinhalb Stunden oder sowas? Zwei Stunden ungefähr jetzt. Oh Mann, ich verbessere Leute so ungern. Aber ich muss das tun. Ja, ja. Ich müsste eigentlich nochmal Borderlands aufnehmen. Aber irgendwie... Hab ich da auch gar keinen Bock zu. Keinen Bock, ne? Ja. Weil ich hab zwar nur zwei Let's Plays am Laufen, aber trotzdem. Irgendwie fehlt die Motivation. Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich für eine Pistole an Metze ausgebe? Oder sieht man das nicht? Also was hast du gerade gesagt? Ich war gerade Brain-Afghan. Achso, ähm... Ich muss meinen Vater verklickern, dass ich gerade eine Aufnahme bin. Äh, ob man das mittlerweile sieht, wie viel man für eine Pistole oder so ausgeben muss an Metze? Cell Gun. Und dann steht er. Achso, echt? Slash Cell Gun. Und dann steht da schon, äh... Die Knarre und dann auch die Metze-Anzahl oder nur die? Naja, da steht dann, ähm... Da steht dann, äh, Waffe. Oder halt Blume. Ist auch ne Waffe angeblich. Ja, ja, ich weiß. Ist auch. Warte mal, probieren. Äh, die Toni. Alter, was ist jetzt mit den Loops? Ach, tatsächlich. Das ist ja krass. Cool. Wow. Für eine AK-600, für eine M4-600, für eine 0-4-600. Was? Na gut. Aber Waffen selber verkaufen kann man sich noch nicht, ne? Sichtig? Wann nicht, nein. Scheiße, Mann. Weil du kannst mir gleich mal eine MP-5 ver-ver-ticken. Okay. Ich werde immer angerampelt und habe ich keinen Bock, dass sie mir erst mal mein halbes Auto zerschießen. Deswegen zerschieße ich ihnen ihr Auto. Mach nicht ein auf DM, Lo. Komm. Nein, ich war schon ne Stunde im Fösen. So viel Anstand musst du haben. Na gut, ich war bisher auch noch einmal im Knast. Ja, Knast. Ja, ich war jetzt Prisoner Theater.